Möchten Sie einen Personalausweis, auf dem Ihre Fingerabdrücke gespeichert sind? Das können Sie heute schon haben, auf freiwilliger Basis. Das ist seit 2011 so. Aber ab 2. August 2021 soll das Pflicht werden. Es soll Pflicht werden, dass die Fingerabdrücke des linken und des rechten Zeigefingers auf jedem Personalausweis gespeichert werden. Das einschlägige Gesetz steht im September auf der Tagesordnung des Bundestages. Es beruht auf einer EU-Verordnung. Fingerabdrücke wurden eigentlich früher nur von Verbrechern, von Leuten genommen, die einer Straftat verdächtig waren. Später hat man dann auch Fingerabdrücke von Flüchtlingen genommen. Die Fingerabdrücke von Flüchtlingen werden in der zentralen Datei Eurodac gespeichert und verwaltet. Alle Sicherheitsorgane haben darauf Zugriff. Jetzt also sollen die Fingerabdrücke von allen Bürgerinnen und Bürgern, von allen Europäerinnen und Europäern gespeichert werden, aus Gründen der Sicherheit, wie es heißt. Es könnte ja, so lautet die Begründung, jeder und jede, ein potenzieller Straftäter, eine potenzielle Straftäterin sein. Der Fingerabdruck im Personalausweis wird so zum Symbol, aber nicht nur zum Symbol, sondern zum Instrument des präventiven Sicherheitsstaates. Das Europäische Parlament hat sich mit alledem im Jahr 2019 einverstanden erklärt, mit eher knapper Mehrheit freilich. Die Begründung für dieses Vorhaben lautet, dass man auf diese Art und Weise Straftaten, die unter Identitätstäuschung und mit falscher Identität begangen werden, verhindern will. Nun zeigt freilich die Kriminalitätsstatistik, dass die Zahl dieser Straftaten nicht steigt, sondern eher abnimmt. Die Sicherheitspolitiker kümmert das nicht. Europa sei, so lautet der gängige Satz, ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Festzustellen ist seit vielen Jahren, dass die Sicherheit immer stärker betont wird, die Freiheit immer weniger. Ein Fingerabdruck ist ein biometrisches Merkmal, das einen und eine das Leben lang kontrollierbar macht. Muss das so sein? Ist das der freiheitliche europäische Geist? Im Reisepass ist der Fingerabdruck schon seit 2007 vorgeschrieben. Einen Reisepass muss man sich aber nicht ausstellen lassen. Man braucht ihn nur zur Reise in bestimmte Länder. Den Personalausweis muss sich jeder ausstellen lassen. Das heißt, man kann ab 2. August 2021 dem Fingerabdruck nicht mehr entkommen. Das ist ein Schritt hin zu der Totalerfassung. Zur Totalerfassung der Bürgerinnen und Bürger, wie sie das Bundesverfassungsgericht eigentlich verboten hat. Die Aktion Zivilcourage in Bielefeld hat sich nun ein kleines Widerstandsprojekt ausgedacht. Man geht offensichtlich nicht davon aus, dass dieses europäische Fingerabdrucksgesetz noch verhindert werden kann. Es gibt deshalb eine kleine Widerstandsaktion, zu der aufgefordert wird. Jeder, der den Fingerabdruck nicht will, soll schon jetzt einen neuen Personalausweis beantragen, bevor die Neuerung in Kraft tritt. Einen Personalausweis ohne Fingerabdrücke. Das kann man jetzt noch so verlangen. Der neue Personalausweis ohne Fingerabdrücke gilt dann 10 Jahre lang. Und man kann darauf hoffen, dass dann in 10 Jahren die Sensibilität für die Persönlichkeitsrechte und für den Datenschutz wieder gewachsen ist.